. . . . . Du hast doch ein Ding auch gekannt, einen Professor Foxberger. Der Foxberger? Den hast du gekannt, einen Foxberger hat er auch gekannt, das weiß ich. Wir waren ja bei dem schon mal eingeladen, da, naja, das ist ein Nachbar von jemandem gewesen, das muss man jetzt nicht. Aber das ist auch ein Irrtyp. Der war, ich muss dir vorstellen, drei Frauen von denen sind eingegangen, aus irgendeinem Grund, eine mit einem Unfall, zwei sind nicht mehr so weggestorben. Dann die vierte, glaube ich, warte mal, die vierte, das war eine Vietnamesin und die hat eine Tropenkrankheit gekriegt, obwohl sie, also die hat sich im Vietnames gehalten, obwohl sie das eigentlich gewohnt ist. Und die fünfte, jetzt weiß ich nicht, wird die das auch irgendwie. aber das ist einem Foxberger Wurscht, weil da kommt halt die Nächste, weil der, der nimmt einen, das ist ein Überlebenskünstler. Also, es gibt Leute, ich glaube so, das ist dem Wurscht. Nee, da kommt halt wieder eine. Also, kann ich auch nicht mehr mit dem Wurscht sein werden. Vielen Dank.